Hallo, liebe Geschwister hier, ich bin Isaac, Jesus Christus, den Gefangener und Gottes Evangelium. Dann, weil wir hier von der Heimung mal aufspielen, wo meine Gemeinschaft und die Welt mit Gott ist. Und ich wollte bloß an Karte Videos, weil wir so gut sein und stellen, die waren top, so dass ein langer Jeff Schmitt ihn auf YouTube nennt, vielmals Dankeschön, allem für euch. Dann war ich versägen, dass ich mit dem selben Gesang, was auf mein Herz kommt, dass ich mich begleiten, sodass ich eine Däupe ohne kriege, eine Däupe ohne kriege, was mein Wunsch ist und was Gott sein Wunsch ist. Wo er im Himmel näher ist, war der einsame Sünder, aber für mich der scheine Sünder. Ich sitze dort, wo einsam ich bin und ich feiere, wo eine scheine Gesellschaft ich habe. Ich sitze hier nicht so allein und es wartet mich, Lothende. Ich freue mich. Gott, dass du mir in dienen Sehen, Jesus, in der Hand gegriffst hast, und er habe gesagt, wenn sie ihn vorher einmal an der Hand gegriffen hat, nimmt er dir keiner aus. Dankeschön, Dankeschön, Jesus. Du bist mein Lehrer, du bist mein Aufkurt, du bist mein Doktor. Leer du mich? Ich verteidigst du mir? Und schenke mich gesundheit, sodass ich dort für die in für Dösende und Dösende Säuse durchführen kann, was du am Kloon hast mit mir. Ich bekäckte mich dort so, was mir hier entstanden ist. Und wo die mich versäten, und mit Worte mir alles versäten, durchzuhauen, die weiten dort nicht, wer du dort hängen hast. Und sie sind dort so gewarnt. Dort verseilen eine Radung. Als Einzel, wir gehen hier ein, dort vertellen, wir gehen dort ein, das Evangelium verkennen, wir gehen dort ein, das Evangelium mitteilen. Und ein Einzel, der andere nimmt dort an. Und wo die haben so viel was geratered an zu sagen. Hier wird euch. Hier stehen keine. Nicht vollkommen. Ich bin die immer ware an verseilen. Ich bin nicht vollkommen. Ich möchte vieler. Und ich will auch immer vieler merken. Ich wünsche mir das immer, wenn ich mir das ausprachen kann bei denen, dass ich nicht den Fehler merken darf, was Moses ist. Er war über Eild, und er war da. Und es steht, dass er diese Egeven hat. Und er ging zum Felsen. Er nahm sie einen Stock. Und schlug den Felsen an, dass er auch heu wird. Das Volk wurde da verschaffen. Und dass wir nicht heu, dass wir stehen. Und wie dort der Heu, der ihr für sich genommen hat, und nicht die, die ihr gejeft, sei wie der Ablass, wo er sich versendigt hat. Aber du weißt, ich habe ja alle Mahn die Mal an mein Gebet gesagt. Ich würde auch also hören, mir von dir, die weich nehmen lassen. So ist die Moses ein Deiz. Moses, der hat gesündigt, und er hat sich die Ehe zu getragen, was die gebeten hat. Und er konnte dann noch prachen, und er sagte, Gott, du bist ein Gott von Genut. Lob mich auch an den keiner anderen. Und er antwortete mir, Moses, sieh stell, ihr erst scheint verhandeln. Ich hatte dir gesagt, du hast die Ehe für dich genommen, und du gehst nicht an keiner anderen. Wofür hat mich auch bei diesem Gott gesündigt? Und er hat mich auch bei diesem Leben gesündigt. Und er hat mich in diesem Leben gesündigt, dass es die mir gefallen hat. Ich soll nicht mehr auf den Weg wandeln, wo das Feld wandelt. Du wirst mich zu einer höchere Stoffe reitmerken. Rüste mich aus, nur den will ich fallen. Ich weiß das, dann wird das viel scheiner und viel Dierer sein, als wenn ich sage, das ist so, das ist so. Ich muss mich einfach mal an deine Hand geben, und sagen, hier ist die, hier ist die Blatt, du bist der Topstrecke, merk du mir, was dir gefallen hat. Ha, da darf ich nicht wissen, was ich getan habe. Wenn du damit klimperst, das, was andere von zu merken, als was ich, als was religiösisch ist, dann sage ich, und du bist da noch, sage ich, Halleluja. Ich danke dir, dass du dir dabei mitgemerkt hast, und hast dir noch mit geduld. Ach ja, mit der Arbeit, und wenn ich drehe, dann sind wir weggekommen, und wenn ich fertig gehe, dann ladet es auch, und ich habe alle noch nichts gehalten. Ich habe hier, noch nicht einen freien Freund, der mich begroben wird, im Fall, dass ich einmal sterben würde. und ich sage, dass du das mit mir gemacht hast, und ich sage, dass du das mit mir warst, und ich sage, dass du das mit mir gemacht hast, was, das mit mir ist. Ich sage, dann ... du die drüge knettet, du den Blatt, du den Knettetraug, dass du die in dein Feld und du die über mich hat, dass du den Knettet hast. Vielleicht gerne, dass du auch eine andere Meinung hast, mein Leben und 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 was ich sage Diene Dinge, was du reden, dass du bist, ich bin glücklich, denn dann wird dir dein Leben und was du broken du bist, du bist ja bloß für die Sonne gekommen Wann ich trinke ich in den Tiet aus eich jugendlicher Wier, dann bitte ich die in Weiß mit dem Wiesfänger, ich sage, dass du mir schwachst, aber ich habe ein Wort für dich, ich will die dir bringen. Wie kann ich sagen, was ich gebetet habe? Gott, du bist ein Gott, du hast noch alle Gebäder erhört, was ich dir gebetet habe. Wann ich trinke ich, ich habe in Bolivien viel gebetet für meine Älderen. Vorher ist wenigstens 15 Jahre daut. Da habe ich noch ein Jahr versiehen daut bekehrt, Halleluja. Oba, habe ich auch in der Religion geboren, abgewachsen, groß geworden, getoftet und befriedet. In den drei schware Tiden durch, wenn einmal den Lehrer gefehlt, was ich habe. Was ich heute lasse, dass du das so schön gefehlt, dass er sich im Krankenhaus noch bekehrt hat. Wann ich jetzt war hier, was ich bin. Und dann drückte ich ihn, in den Himmel, in den Hüsten, in den Hüsten, was du für mich rädd, dass er mir passt. Da war ich noch meine Pappe bekehrt. Halleluja. Oba, ich wälde mich mit der Perfaiten redan. Ich wälde mich mit der Perfaiten und ich habe. Ich habe schon in den Hüsten, in den Hüsten, was ich mit der Perfaiten gefeiert habe. Menschen, die Pappe, die man nicht mehr findet, die man nicht mehr findet. Da ist mir da nie passiert. Oba, was ich mein Leben betrachten, in Jösab sind. woviel fehlt, wovor du mich unterreistend hast, für die zum Profil, dann lohnt das, weil das die Menschen noch keiner nicht mehr ergeben werden, und ich glaub das, ich hab mich letztes Mal bloß als Apostel angegift, oder angegift, und dann habe ich gesagt, wo jählen, die Menschen, das Ängste, versorgt haben, keine Mäute besiegt, den scherpen Hand allein, aber du wirst Gott, du wirst mein Doktor, du kannst mir immer weiter heulen, wenn auch so ein schlimmster Audio kommt, aber du hast zu mir gesagt, ich geh dort wieder, ich soll nicht nur Menschen täcken, ich soll nicht nur Menschen hörigen, ich würd seier gieren, eine Gemeinschaft haben mit Menschen, ich würd seier gieren, und die christliche Keurig, wobei mögen die Keurig so ein Speiteres haben, wo Ananias und viele legen können, die verfallen daut, da würd wir ans Lieren, nach Mawara Gott zu feuchten, und die Wahrheit zu reden, da legen, als von der Oden Dach nach Kreuz, und es ist in der Stand, das wusste, wie von der Oden Dach, siebenmal daut, in bedrehte Knirkes, das wird so, wenn einer von den Propheten anbricht, dann wurden dösende Steine abgehoben, aber wenn ich werde mein Leben betrachten, da, wie hast du mich hier rüttgeräubt, wie hast du ein Ziel mit mir, meine Frühsechtern hab also schlecht gewonnen, weil wir glücklich nicht sterben können, sie würd allreit sein, ich würd hier noch nicht schuld sein, nee, ich seh mir auch nicht, aber wenn du noch irgendetwas hast, in diesem Leben, was ich für dich daunen kann, am Dorb mit einer grattere Arnd, weil die zu stehen, dann werde ich noch nicht weg sterben, ich will nicht eier sterben, aber ich dort für dich ausgeführt hab, was du weißt, was ich für dich ausführen soll, und ich bitte dir mein Ding, dass ich dort mit mit meinen großen Arnd, mit meinen großen Arnd feldig stehe, du hast uns verspreken, gar nicht verspreken, was du uns gegebt hast, Jesus, dann hast du selbst gesagt, betet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Du sitzt in der Religion, so ein bisschen geschlossen, und was mich dort aufgegeben hat, mein Feinde kennt, oder alle an sie können ja, an die Gottlöse hier unten anzuloten, dort hast du dich bekommen, aber klar hat ja, wirst du mich mal aus, ans da, wie du dich nennen soll, dort kann die Religion mir wissen, denn wo wir die weichnehmen, und die Worte gehen. dann ist doch ein bisschen, das ist ja so, ansonsten, das ist ja so, das ist ja so, Puh, dass wir uns hier in der Suche haben, sondern wir konnten mir eine Panik, der in die Geschichte haben, wir konnten uns nicht dafür herausfinden, da habe ich so ein sehr schönes Beispiel, wenn du wir lieben dort am Dienstverein, dann soll wie die unsere Familie auftreten, aus der Trühe erreichte ich da vorher, Halleluja, ich auftrete meine Familie, und ich will da im Himmel sein, ich aus dem Graf vorher, ich gucke vorab, ganz einsam, ganz allein, aber nicht als ein Twiwler, den Fried, was ich mit dir gefangen habe, Halleluja, der so viel Meier wird, wenn ich mir da noch nach Sajan und meine Familie bangen darf, und bei dir hast du uns ein Versprechen, du wirst all das Trink arbeiten, und wenn wir in diesem Leben was verspielen, das was die hier alle hundertfältig Trink holen, machen wir das auch ihr Leben geben, Halleluja, das ist so stram, das ist so sehr schön. Ich will, hier ist noch, krieg dort, was du wirst, dort will ich hier für dich tun, machen wir ja einer, wenn einmal einer will mich vorzuholen, mit Sprecher 2020, wer vor der Mutter pflegt, wo er dann alle Diesten zu dir kommt, über den Lied, den Lied nach Daipa, das ist bloß mit einem anderen Wort gesagt, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast. Ich denke, sehr viel, sehr viel, sehr viel, an Matthäus 5,17, dass du nicht gekommen bist, die Propheten eher, die Propheten eher abzuheben, aber die, was sie kommen, da zu erfällen. Und wenn die Dome herfällt was, wird dir so ihr Fieber saß dich, weil ich Fieber saß im Leben und fliehen das, dann ist das sehr, sehr wichtig, dass wir Acht geben auf das. Dann lohnt es doch, im Allenbund sein. Das Lied an zwei Jahren ausblüßt voran mit der ihr, natürlich so wie der ihr. Aber wir sollen denken, mit was für Fruchte beschätzt sind oder was für Frucht an ihr geplant ist. Wir sollen nicht rechten, aber wir sollen die Frucht betrachten und nur die Frucht, dann wo wir alle in den Baum kommen, dann sollen wir in den Wesen, wo sie sind. Dann lohnt es der Graufuhrer der Vorher sein. Aber immer irgendein Ort aus Läu. Ich bin die. Das ist so, wo die Menschen mich hier auf der Klinie anstecken. Das ist so, wo die Menschen mich hier anstecken in diesem Leben, hier in dieser Klinie ganz besonders. Und dann gehen wir an drei, wo die sagen, dass Jesus für die sitzt. Ein Profit wird, was ihr eet, wenn ihr in sein Land, in seine Freundschaft und in seine eigene Familie, in sein eigenes Heim. Wenn ich bloß nur dort checken will, dann koßt du mich von der anderen Tag, ob ich aus Profit brücken. Brücken du mich zu Wort, du mich brücken was? Aber leer du mich, dass ich nicht wo Menschen hirken, dass ich nicht wo bloß ab Menschen bin, oder dass ich auf deine Lehre bin, oder dass ich berücken will, dass mein Wesen wird, wortwörtlich dein Wille ist für mich, dass ich das für dich tun soll. Und dann wird das Strom gehen. Und dann bist du, Jesus. Du bist mein Lehrer. Der hat mir also versucht, an der Bibelschule anzusehen, und der am Sternen erlaubt das nicht. Meine Schwiermame, der kann mich am Heim nicht lieben. Der hat wie Bern, der hat wie all johlen, wie uns Bern. Und der kann mich nicht mehr verstehen, wenn ich Religiosität nicht mehr gehorsam sehe. Aber du hast mir das aufgesagt. Der versteht mich nicht. Wenn ich meine Schwiermame all verstehe, woviel Meier verstehst du dir dann? Der ist in Religion geboren, der ist in Religion abgeworfen, der ist groß geworden, der darf sich in Religion nahmthaufen lassen, der ist in Religion ält geworden, der ist bedrägt, der Steinhardt. Bonnen. Am Ende. Aber also, ich habe comun dass ich meine Maschine nicht mehr auf dieser Räder habe, dass ich ein Pick-up habe. Aber die Fahrer steht nicht von mir, dass ich die religiöse Worte gehorsam sehe. Und für die Böse Fienten und den Ältesten und meine Schwimmahme war ich dort nicht. Wenn du das Vater in deinem Worte sei hier, verdiebe ich mich in allen. Allein du bist mein Gott, allein du bist mein Jesus. Halleluja! Rest du mir aus, was immer stehend ist, dass die Arme, was gerade sind. Wenn ich sage, ich will, dass ich auf dem Tisch gelegt habe, dann sage ich ein anderer zu mir, ich dachte, du bist gerade, ich dachte, du hast es klar. Wisst du, du weißt du doch noch nicht, ich lege doch noch nicht auf dem Tisch. Aber wenn du das nicht, was ich an das lege. Und meine Kinder werden sein können, meine Frieden werden sein. Der Älteste soll es sein. Dann wird der Älteste sich bekehren, dann wird meine Früh sich bekehren, dann werden meine Kinder sich bekehren. Wo viele hunderte, duzend Menschen waren, die gerammt anzustand bekehren. Wir haben hier sehr, sehr viele keine Menschen. Aber die leben ohne die. Die haben so eine jämmerlich große Menschenfahrt, auch wenn sie das sein können, das geht hier nicht reicht auch. Aber die haben so eine Menschenfahrt, sie waren keinmal nicht. Die nur folgen. Wann sie das tust, ein eher höchstücker geworden. Aber sie ist ein Stahl, und wir haben sich da für keinem nicht zu sein. Wir haben das Sonne gewollt, die Verfolgung findet ihr schon da. Wir können nur, sei er, sei er, der wenigste begegnen. Bloß das, was die wirkliche Klarheit geben lässt. Und viele, viele, sagst du, sind verhauten, ob ein wenig sind, uiterwillt. Wollen du uns noch einmal ab? Wir sind so in der letzten Zeit, und die Böse Finte sagt ihr überhaupt, das regt ihr nicht aus, das wird ihr alle eier haben sollt, nu ist es alle zu los. Gott, du hast alles in deine Kontrolle. Die Böse Finte mal trägt Becken, aber wo du sagst, das ist nu, kostet gut. Aber solange du das nicht erlauben würdest, der kann ich ein Ding tun. Halleluja! Und ich bitte die bloß am ein Ding, ganz besonders, für meine Schwermame. die lebt deutlich begrüft, an Gesetzen, an Religion, an Tradition, und alles nicht Dinge, die uns raten wollen. Raten kannst bloß du uns, Jesus. Du hast dort dir ein Erleisungsvolk geführt, und du bist nur im Himmel gefahren, du sagst du, wie deine Pape zu erreichen. Und ich bei dir am ein Ding, du hast gesagt, ich bete, so wird euch gegeben. meine Schwermame, der kann mich nicht lieben. Aber ich kann dir verstehen, wofür meier kannst du dir da nicht verstehen, als ich? Ich bin die für dich. Du wirst nicht mit Ich bin die mit mit bekehren, bitte du längst und du bist alles mit. Halleluja! Aber ich kann dir mein Ding, bitte. Was alle Menschen bekehren in Religion? Aber wenn es ist ein mit Gottlosigkeit und Jesus dann kommt der Nachbarn und sagt Jesus Christus, du hast gesagt, betet, so wird euch gegeben. Meine Schwermame, das ist mir ein Ding, was mich kostet. und ich habe immer ein Feind an mein eigenes Haus, aber das gerechte Feind nicht. Mein Gott sei mir Sender gnädig, nimm dir an, vergib dir all erbeisit. An Jesus Christus zu ihnen um. Wenn du bist Gott, und du hast deinen Sehn Jesus Christus geschickt, und du hast Jesus gesagt, betet, so werde ich gegeben. Und wenn du gebeten waren, an meinem Namen, und das Leben, was wir gebeten haben, das ist all du. Gott, du hast mich gelegt, was ein Feind zu vergeben. Wenn du immer waren, immer waren, immer waren, immer waren, bleib dir. Wenn du, wenn du alles nicht getroffen hast, und alles nicht gut hast, du aber zu mir gesagt hast, ich soll nicht mehr den Weg gehen. Dann schenkt mir die Kraft, dass ich der, der leben kann, so als du, der Sender gelaufen hast, und ich bete bloß, dass... ...dass du so tun, krieg dir nicht. Da war ich im Himmel... ...antrafen, und da war die, die du eigentlich dein, die du eigentlich lovenden Preisen, für das, was du und all geduht hast. Dass du einen Beter zurückgeräubt hast, was für all gebetet hast. Halleluja! Die Erde gebiert dir, ich sennst nicht aus dem Knecht. Und dass ich den Knecht konzern, dass es bloß wein, du hast mir rückgeräubt. Halleluja! Vor dem Himmel schenkt du mir den Leib, was ich haben soll für jeden Einblick. Und jeder Tag, was ich, äh... ...gehe mein Ditt Volk, mitte daunen mir. Du weißt, dass meine Wochen viel Lüder reden daun, aus meine Wirt. Ich danke dir, dass du mich bei dir taun, so viel geschenkt hast, dass ich auch kein Beter schenkt. Dass ich nicht weiter darf barrieren. Was ist der älteste, dass ich daun, du so aus, boah jeltscheiten für wieder. Halleluja! Dann wirst du so gaut, in, äh, in, äh, in, lädt mit boah jelts an meine Hand, und, wie geht es um keine Richtung, wie geht es um nichts. Ich sage, alle diese, älteste Gitter, so, aber wir brauchen zum Leben. Und ich bitte dir, schenk die uns wieder, dass wir wollen kennen, in Licht sein, mangt das Falk. Und du mich hier, so sicher du mich gefallen hat, und andere Eern hört, meus Gehörts, las ich dir die Dau teilen, mit deine Leib. Halleluja! Las ich immer wahrer, schenk mir die Kraft, immer wahrer, immer wahrer, fremdlich sein zu ein, du weißt, was du mit mir gereken hast. Und bei uns, das alles vergeben ist. Und ich sage, dass wo die Menschen abgetragen sind, wo die abgetragen sind, dass die mir nicht mehr sagen, viele begreißen mich nicht, viele einzig Dreck hatten. Nur eine Seierstamm macht mir das Wort, die mir das Wort checkt, und es sagt, dass ich nicht, ich hatte es, dass du mir die Gruppen geben hast, oder dass immer danach du, wenn die Kosten mir das geben hast. Du warst mein Lehrer, du warst mein Afford, du warst mein Doktor, die gebiert alle ihr. Ich danke dir für den Frieden, den du mir geschenkt hast, in dieser düstere Welt. Aber du hast mir das gewesen, das Nachtdacht, das sei ein Schein, ich war eins mit den Nieten, ganz besonders, ich war eins mit den Nieten, nicht bloß, aber ich war eins mit den Nieten, könnten sie ja, sie ja dies dran tun. Wollt ihr den was, eben anschauen, dort ist die bewusst, aber du hast mir das gesagt, gewesen, dass er im Kommen ist, und ich bete die bloß, dort du mir wirst, dass ich an dein Diesternis war dachen, mit dem Evangelium, dass sich noch hunderte, duzend Menschen bekehren wollen. Und es ist aller Verrungen, aller Verrungen, die ne Däuner uit, dass die, wo ein, für die du sind, dass sie sich wo ein Ersarten für das Evangelium in den Sohtun, die bei der ich in Jesus Christus ihnen umblieb, war ich, die, wo du nie noch das dort lebende und auswann sie Christen sind. Und die debattiert, und du bist auch geschmert, in die Freien des, die, wo ich dir nur, aber die, wo ich dir da nur eine Halle jäklen, wir in der Hand immer, für die, die, die mit dich gegön, ab irdischer Ort. Jesus, all der Seilen, dort sind Diene, in Dienen, gerade in Dienen sehen Jesus Christus sie in dir genommen. Die beiden, dort all die feine Christen, all die feine Menschen, wo diese Christen nahen, in über und die leben, schenkt die Lech, schenkt die Klarheit, schenkt die Weisheit, in Jäut, den Helgen Jesu, über all die, in den Fiend, den Lort, an einer Aag, Satrim, vor allem, wo er hier noch alles verspielt hat. Dann, Hei, Horat, Gott, hei, wie am Himmel, in der Schatz, nicht, in Dienen, in der Jesus Christus. All die Seilen. Hier sind so viel Schmacken Menschen. Die Fall, den Gesatz, die Fall, die Religion, die Fall, die Tradition. Lieber Gott, wo er uns noch einmal in dieser letzten Zeit an, so dass wir uns vorher nur die drehen, und verärmmern eigentlich die im Himmel wo er Lufen, Danken, Preisen, Ihren, und dein, mit der dort wird, die für uns hasst. Halleluja. Schmacken.